Aller guten Dinge sind zwei. Berlin wählt und ihr könnt die Spitzenkandidaten mit euren Fragen löchern. Wie wollen sie die Hauptstadt klimaneutral machen? Schickt uns eure Fragen zur Podiumsdiskussion mit Franziska Giffey, SPD Bettina Jarasch, Bündnis 90 Die Grünen Kai Wegner von der CDU FDP-Kandidat Sebastian Czaja und Carsten Schatz von der Linken Die Innungsobermeister Andreas Schuh Norbert Skrobek und Moderator Michael Krohns Fragen nach Eure Fragen schickt an info at schonsteinfegerberlin.de Wie wird Berlin CO2 frei? Denn Klimaschutz betrifft uns alle Seid dabei am 25. Januar im Euref Campus 3 um 17 Uhr